Das verschweigen sie dir über den Klimawandel. Die Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Wer bist du eigentlich? Aber ich möchte die Theorie des menschengemachten Klimawandels kritisch hinterfragen. Oh, kritisch hinterfragen ist schwierig, Bro. Also da bewegst du dich auf dünnem Eis, my youth star. Ja, genau, die Richtige. Die Rockefeller, die an ihren unendlichen Reichtum und an ihre Macht gekommen sind, indem sie in den USA ein mächtiges Ölimperium aufbauten. Und die fördern jetzt die Klimakleberlager. Weißt du, was ich meine? So, das ist doch, Digger, da müssen die doch selber mal aufwachen. Auf ein Kind zu verzichten ist der größtmögliche individuelle Beitrag, den ich zum Klima- und Umweltschutz leisten kann. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hier sägen Klima-Extremisten einen Baum ab für die Umwelt. Was? Greta gehört zu den wenigen, die unsere Kohlendioxide mit bloßem Auge erkennen können. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stoned. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Von ganzem Herzen nur Liebe an jeden einzelnen aktiven Zuschauer hier auf YouTube. Auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus, auch vom ganzen Chat natürlich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die nächste Reaction rein. Und das Video heißt, Das verschweigen sie dir über den Klimawandel. Mal wieder von Ketzer der Neuzeit. Lange kein Video hochgeladen. Ich hab dich schon vermisst, mein Jutsch. Ich dachte mir schon, was ist denn da los? Und deswegen habe ich mich gefreut, heute zu sehen, dass der Brother endlich mal wieder ein Video rausgehauen hat. Liebe geht natürlich raus auch an Leo. Die Bundesregie. One Love, mein Bruder. Ich bin gespannt auf dein neues Video. Danke nochmal an den Manager. Manager unterstrich Kia. Danke für deinen Support, Bro. Thank you very much. Love falls auf die Realness. Wir sind da. Gang. Mua. Ski. Und los. Die Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Wer bist du eigentlich? Das ist irgendwas mit letzte Generation oder so, ne? Drückt sogar aufs Gaspedal. Die Welt geht... Oh nein. Tja. Die menschengemachte Klimaerwärmung wird uns bald alle dahin raffen. Shit, wir sind am Ende, mein Liebensfreunde. Klingt hart, ist aber Realität. Nun, nicht die wirkliche Realität, aber zumindest die Realität der Klimasekte. Bruder, der Bruder wird immer älter, ne? Man sieht es dem Film nicht an, so. Der wird einfach richtig erwachsen, so. Man darf nicht unterschätzen. Der ist nur in diesem Alter, so 21, 22, so. Da werden alle zwei, drei Jahre, wird der sich verändern, Alter. Geiler Typ. Ich hoffe, wir sind uns aber alle einig, dass es nur eine wirkliche Realität, nur eine Wahrheit geben kann. Kein Mensch, und so auch ich nicht, kann diese vollkommene Wahrheit darüber, wie genau das Erdklima funktioniert oder eben nicht, erklären. Ist so, das geben die meisten Wissenschaftler auch zu, dass die das nicht ganz genau erklären können. Und dass es da mehrere Ansichten gibt und dass es auch Statistiken gibt, die zeigen, dass wir als Menschen gar nicht so einen großen Einfluss darauf haben, wie das Klima sich verändert oder nicht, sondern dass das Klima sich automatisch, also immer schon verändert hat in den letzten Hunderten von Jahren und da teilweise echt extreme Schwankungen stattgefunden haben, sodass es halt wirklich so ausschaut, als ob dieses Klimathema jetzt gerade einfach auch wieder nur nutzen wollen, damit sie uns weiterhin einschränken können. Und so sieht es halt auch aus für mich, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Und ich bin trotzdem einer, der sagt, Umwelt ist wichtig. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Und ich bin auch einer, der sagt, dass wir als Menschen die Umwelt nicht gut behandeln. Das ist definitiv so. Und dass da mehr Augenmerk drauf gelegt wird, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber so zu sagen, dass wir gerade als Bürger uns einschränken müssen, nicht mehr atmen dürfen, nicht mehr Auto fahren dürfen, nicht mehr duschen dürfen, nicht mehr heizen dürfen und so, weil wir dann damit das Weltklima kaputt machen, obwohl wir so ein kleines Pissland sind, was gar keinen richtigen Effekt wahrscheinlich auf das Klima hat. Und wenn das einen Effekt aufs Klima hat, dann sind es die großen Unternehmen und nicht der einzelne kleine Bürger mit seinem Haus oder mit seinem Auto. So, weißt du? Das sind alles Sachen so, das macht einfach keinen Sinn. ...jahren gelernt habe und auch halbwegs erklären kann, dann ist es das, und jetzt bitte festhalten, es gibt Menschen, die unser Weltbild beeinflussen wollen, um ihre eigenen Machtinteressen subtil und teils verdeckt durchsetzen zu können. Wirklich. Ja, Facts. Unfassbar, oder? Ja, und dazu kommt noch, dass diese Machtinteressen wiederum zu 99 Prozent nicht dem Interesse der Gerechtigkeit entspricht. Und dieser... Ist so. ...ist im Allgemeinen übrigens auch die Klimajugend selbst. Sie sind ver... Das ist, die haben diese ganzen Kids damit indoktriniert und das Gefühl gegeben, dass sie was Gutes tun und deswegen sind die so radikal teilweise neue Generationen und so letzte Generationen oder wie auch immer die heißen und gehen auf die Straße und kleben sich da fest und machen Demonstrationen, die glauben wirklich, dass die für das Gute kämpfen. Die verstehen nicht, dass die genutzt werden von der Politik und von den mächtigen Menschen. Die verstehen das einfach nicht. Die denken, die kämpfen für was Gutes und die denken auch, die kämpfen gegen das System. Obwohl die eigentlich voll mit dem System gehen. ...mächter der verschwurbelten Verschwörungsideologie, so ein bescheuerter Begriff, dass beispielsweise die Ölindustrie das Wissen um den menschengemachten Klimawandel unterdrücken will, sodass sie wiederum weiterhin Profite mit fossilen Brennstoffen machen kann. Aber versteht mich nicht falsch, ich werde jetzt natürlich nicht in diesem Video die Ölindustrie verteidigen, die ist nämlich ja durchaus dreckig, aber ich möchte die Theorie des menschengemachten Klimawandels kritisch hinterfragen... Oh, kritisch hinterfragen ist schwierig, Bro. Schwierig. Also da bewegst du dich auf dünnem Eis, my U-Star. Kritisch hinterfragen... Ja. Ja, gut, dass das rausgepiept wird hier. Da sind wir auch schon beim Thema Meinungsfreiheit, ja, die freien Medien, die bei der Klimafrage nicht auf Linie sind, denen werden einfach mal ganz entspannt von dem größten Medienkonzern der Welt Steine in den Weg gelegt. Allein da könnte man doch schon mal hellhörig werden, oder? Google geht gegen Klimawandelleugner vor, das ist doch genau der gleiche Scheiß wie bei Corona auch, Bro. Aber das ist doch genau das gleiche Spiel, erstmal werden die Leute in dieselben Ecken reingedrückt und die großen Konzerne hier, Google, Facebook, etc. fangen jetzt wieder an, gewisse Leute zu unterdrücken, die eine andere Meinung haben. Bro, das ist doch... Warte, warte auf! Hellhörig, also, ich weiß nicht, ist das rassistisch gewesen oder darf man das Wort noch sagen? Aber zurück zum Thema. Ich gebe den Klimajüngern recht. Die Ölindustrie ist enorm profitgierig und vor allem machtgierig. Umso interessanter also, dass die ganzen Klimaorganisationen, so auch die Klimakleber und praktischerweise große Medienhäuser gleich noch mit dazu, zum Beispiel von der Equation-Campaign finanziert wird. Unter der Sch-Follow the Money, Bro. In der Liste dieser Kampagne wiederum ist neben George Soros, seiner Open Society-Stiftung und vielen weiteren Philanthropen auch die Rockefeller Foundation zu finden. Ja, genau, die Richtige. Die Rockefeller, die an ihren unendlichen Reichtum und an ihre Macht gekommen sind, indem sie in den USA ein mächtiges Ölimperium aufbauten. Und die fördern jetzt die Klimakleberlager. Weißt du, was ich meine? So, das ist doch, Digger, da müssen die doch selber mal aufwachen. Eieieieiei. Eieieieiei. Ziele übrigens laut der Tagesschau skrupellos verfolgen. Skrupellose, superreiche Gründenorganisationen mit dem Zweck, das Wohl der Menschheit auf der ganzen Welt zu fördern. Ja, nee, ist klar. Genauso wie Bill Gates, Bro. Riesige Ölgiganten und viele andere große Player beeinflussen also zum Beispiel durch Lobbyarbeit und Spenden politisch-gesellschaftliche Prozesse, kaufen sich nebenbei bei Medienhäuser ein und zensieren kritische Stimmen. Und warum? Ja, richtig. Zum Wohl der Menschheit auf der ganzen Welt. Genau da ist das. In diesem Fall, um die Welt vor dem Klimawandel zu retten. Ja. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video. Oder bin ich nicht der Einzige, der mit dieser Erklärung mehr als unzufrieden ist? Nun, eure Kommentare auf Instagram sprechen eine klare Sprache. Denn ich habe ein paar Urlaubsbilder hochgeladen und euch zu eurer Meinung zum Klimawandel gefragt. Oder wie B2N-B3 entschrieb, Altdeutsch, ein Mann im Urlaub. Neudeutsch, ein Individuum innen, welches die Umwelt durch seine... Ein Individuum innen. Das ist immer wieder da geil. ...intensive Nutzung der Fluggesellschaften verpestet. Drei Monate Aufforstungslager erwarten dich in deiner Geburtsstätte. Umweltschutz voll dafür. Das Klimaschützen, in dem CO2 eingespart wird, auf Kosten unserer Umwelt, entbehrt sich meiner Logik. Man munkelt, es steckt Profit dahinter. Letztens ein Video gesehen, wie wenig, in Klammern, 1,4%. Deutschland, in Klammern, mit 1,8% Anteil an CO2 weltweit. 1,8% Anteil an CO2 weltweit, so. So. Und wir müssen Klima-Lockdown machen, damit wir die Welt retten. Jungs, innen. Da müsst ihr doch selbst mal aufwachen, auch von der letzten Generation und die Klima-Kleber und so. Solche Sachen müsst ihr euch doch mal reinziehen und euch dann selbst nochmal kritisch hinterfragen. Jeder sollte sich mal... Sollte sich mit der Zeit immer mal wieder kritisch hinterfragen und sagen, okay, mach ich überhaupt das Richtige? Kann es sein, dass ich eigentlich für die falsche Seite kämpfe? So. Wacht auf. 100 Bits von Yassin, ich küsse dein Herz, mein Jutster. Thank you very much, danke für den Support. Gang. Durch Wärmepumpen überhaupt an CO2 einspart. Ob das die Bevölkerung weiß? Darauf aufbauen kann man doch prima zeigen, um was es den Politikern bzw. Interessenverbänden wirklich geht. In Klammern, Geheimnis, Macht und Geld. Ich denke, bei dem ganzen Weltklima sieht noch kaum einer so richtig durch. Es gibt sicherlich Wissenschaftler, die sich damit wesentlich besser auskennen als ich. Aber ich glaube auch, dass es da eine gewisse Lobby gibt, die Interesse daran hat, mit dem Thema Geld zu verdienen. Nicht nur Geld zu verdienen mit dem Thema, sondern auch die Gesellschaft weiter einzuschränken. Das ist doch das Ding auch. Weißt du, wie ich meine? Was wäre also eine... Genau was ich sagen wollte. Dieses Thema ist auch nicht nur dafür da, um damit Geld zu machen, sondern halt auch einfach, um die Menschen noch besser kontrollieren zu können. Eine andere Erklärung wäre, dass die Theorie des menschengemachten Klimawandels und die daraus resultierende politische Agenda einem trojanischen Pferd gleicht. Nach außen hin erklärt sie sich zum Retter der Welt. In Wahrheit geht es aber darum, ein menschenfeindliches System einzuführen. Und warum ich es menschenfeindlich nenne, dazu komme ich gleich noch. Aber eins nach dem anderen. Ist es möglich, dass die Welt retten, nicht das Motiv der mächtigsten Menschen, ihrer einflussreichen Stiftungen und ihrer Politikersprechpuppen, die 42 Kilometer mit dem Privatjet zum Klimagipfel fliegen, sind... Das ist so krass. Alleine das Bild schon so. Einfach 42 Kilometer mit Privatjet zum Klimagipfel. Dass die Motive womöglich doch noch mehr oder weniger Macht und letztendlich die Weltherrschaft ist? Nee, ist klar, innen, Alter. Ich meine, das wäre zumindest nichts Neues unter der Sonne. Das waren in der Geschichte der großen Herrscher die gängigsten Motive und wäre deshalb nicht überraschend. Also doch überraschend für die heutigen sehr gebildeten BRD-Schüler, weil die würden jetzt sagen, also das mit dem Herrscher wollen die Welt erobern, also aus den Zeiten sind wir zum Glück seit 1945 raus. Sowas gibt es nicht mehr. Und wenn doch, dann ist natürlich dieser Weltherrschaftsfanatiker gerade Putin. Ja, alles globalisiert sich, wirklich alles, aber der Wille der Mächtigsten, die Welt zu kontrollieren, ausgerechnet der hat sich nicht globalisiert? Das wäre paradox zu denken und naiv wäre es zu glauben, dass Machteliten die Welt retten wollen. Aber zurück zum... Real Talk, bruv. Im Unterschied zu anderen Ideologien ist das Feindbild beim Klimawahn nicht jedoch eine bestimmte Menschengruppe, sondern einfach generell die Menschheit und ihr produziertes CO2. Ja, das CO2, welches sie loswerden wollen, das sind, wenn man weiterdenkt, im Endeffekt wir. Wir und unsere Klimasünden. Bei den einzelnen geblendeten Klimagläubigen selbst, da kann ich mir bis zu einem gewissen Grad vorstellen, dass es ihnen tatsächlich in der Tat um die noblen Werte geht, die Natur und letztendlich das Leben auf der Welt zu schützen. Weil das ist schließlich ein Motiv, welches von Natur aus in jedem Menschen von uns verankert ist. Denn das Leben ist heilig. Glaube ich auch. Also ich glaube, dass viele von denen eigentlich auch mehr die Umwelt schützen möchten und sich jetzt von dieser Klimaideologie ein bisschen indoktrinieren lassen haben. Aber ich glaube auch, dass viele von den JungsInnen, die da auf die Straßen gehen, auch ein Interesse an der Umwelt haben. Es gibt aber so ein Buch, in dem geschrieben steht, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja, wie sind denn so die Früchte der Klimabewegung? Sind sie natur- und lebensschützend? Und es sei angemerkt, ich rede jetzt nicht von einigen kleinen Umwelt- oder Tierschutzorganisationen aus Brandenburg, sondern von den Früchten der weltweit agierenden Klimanetzwerke. Was lesen wir denn hier? Wegen CO2-Ausstoß immer mehr Klimaaktivisten lassen sich sterilisieren. Auf ein Kind zu verzichten, ist der größtmögliche individuelle Beitrag, den ich zum Klima- und Umweltschutz leisten kann. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach, ich werde... Oh nö, Digga. Die Leute sind so kaputt geworden. ...Kinder bekommen, um das Leben auf der Welt zu retten. Nö, ist klar. Diese Ideologie würde im Zweifelsfall zum Aussterben der Menschheit führen. Genau so ist es, Bro. Das wäre gut. Das sagte mir damals leider dieses sehr, sehr junge Mädchen auf der Fridays-for-Future-Demo ins Gesicht. Ich würde auch einfach sagen, wenn jetzt einfach niemand mehr ein Kind bekommt, dann wäre das ja auch irgendwie so... Dann können wir auch einfach aufhören zu leben als Menschheit. Wäre wahrscheinlich... Ja, ey, teilweise gebe ich ihr Recht. Teilweise gebe ich ihr Recht. Also die Menschen heutzutage, wie die ticken, die sind ganz weit weg von dem echten Menschsein. Aber man sollte sich darauf konzentrieren, die Menschen da wieder hinzuholen und nicht zu sagen, okay, wir müssen alle Menschen ausrotten oder jetzt alle sterben. Das ist dann besser fürs Klima. Vor allen Dingen noch die Hintergründe. Sie sagt das, glaube ich, auch einfach nur, weil die denkt, ja, okay, dann retten wir das Klima. Angeblich. Aber das Klima verändert sich auch, wenn wir Menschen nicht mehr da sind. Es gab Eiszeiten, es gab Vulkanausbrüche, es gab Überschwemmungen, es gab diese ganzen Sachen auch schon vor den Menschen. Das haben viele Leute, glaube ich, vergessen. Ja, so wie wir gerade mit dem Planeten umgehen können. Also, da habe ich jetzt keine klare Meinung zu, aber ich finde, das ist eine interessante Überlegung. Das Aussterben der Menschheit als etwas Gutes darzustellen, klingt für mich nach Anstiftung zum Genozid an der Menschheit. A.K.A. nach einem menschenfeindlichen System. Und apropos Babys, die mittlerweile in sieben Bundesstaaten der USA bis zum neunten Monat getötet werden dürfen, das ist... Die dürfen bis zum neunten Monat abtreiben in den USA. Frage-Genozid. Das ist Anti-Mensch auf jeden Fall. Anderes Thema, aber am Ende dieselbe Agenda. Dieser eine Post von der einen Ollen da, die gesagt hat, dass ihr größter Beitrag zum Klimaschutz ist, dass sie kein Kind bekommen. ... schon den Gesetzesentwurf der Grünen. Flinter-Personen sollen auch im neunten Monat abtreiben dürfen, wenn sie moralische Zweifel aufgrund des Klimawandels haben. Ja, ich hoffe, das war jetzt keine Prophetie. Hier noch ein anderes Ergebnis der Klimajünger. Irre Aktion vor dem Kanzleramt. Hier sägen Klima-Extremisten einen Baum ab. Für die Umwelt, verstehe ich... Kein Witz. Eine Klimabewegung, die keine Bäume pflanzt, sondern Bäume fällt. Das war's dann wohl mit den Früchten im wahrsten Sinne des Wortes. Die wissen selber nicht mehr, wo vorne und hinten ist, die Jungs innen. Bäume fällen, um das Klima... Macht Sinn, wa? ... zu retten. Ist übrigens keine Erfindung der Klimakleber, sondern es wird ihm von ganz oben vorgelegt. Palmöl hat einen ziemlich schlechten Ruf. Denn Palmöl wird dort gewonnen, wo er lebt. Über den Diesel weiß man viel. Aber... Ja, das mit dem Palmöl stimmt aber... ... ist vielleicht nicht. Wer ganz normalen Diesel tankt, tankt immer auch Palmöl aus den Tropen. So sieht es fast überall in den Tiefländern Borneos und Sumatras aus. Das ist aber Facts hier, Digga, oder? Die großen, einst vielfältigen Tropeninseln gleichen nun gigantischen Agrarindustriekomplexen. Ja, klimaneutraler Treibstoff. Aber ich meine, mit Diesel, das kann ja schon nichts werden. Wir brauchen ja Batterien, ganz große Batterien im Auto. Aber erzähl mal jetzt, was das mit dieser Jungsinnendame zu tun hatte, die da jetzt einen Baum vom Bundestag abgesägt hat. Was das jetzt mit dem Klima zu tun hat. Ja, Palmöl ist wirklich ein Problem. Ja, glaube ich auch. Da sind wir halt wieder bei Umweltschutz, so, ne? Das ist halt auch eine schwierige Sache, so. Also ich bin... Deswegen spreche ich das auch immer wieder an. Weil ich sage, ich bin definitiv pro Umwelt. Weißt du? Ich bin pro Umwelt. Ich sage, dass wir da definitiv auch was verändern müssen. Ich sehe das hier auch in Mexiko. Der ganze Plastik, der im Dschungel liegt. Und auch am Beach teilweise und so. Wo ich sage, nee, da muss man was tun. Und da würde ich auch gerne was tun. Das ist eine Sache, die müssen wir als Menschen auf dem Schirm haben. Dass wir die Umwelt vergewaltigen mit unserem Schmutz, so. Weißt du? Das ist Facts. Die enthalten seltene Rohstoffe. Mangan, Grafit, Kobalt und Lithium. Die Bauern der Atacama haben keine Zukunft mehr. Schuld daran sind die Lithium-Minen. Alles ist verdorrt, weil die Minengesellschaften das Grundwasser abpumpen. Damit haben sie das Dorf ausgetrocknet. Auch ihr am anderen Ende der Welt sollt wissen. Man produziert Lithium und opfert uns. Sie opfern die Tiere. Sie opfern das Leben. Das ist halt auch eine Perspektive. Sie so, ja, siehst du mal wieder so. Alles hat seine, alles hat seine, also Elektroautos. Wenn alle Elektroautos fahren, dann passiert auf dem anderen Ende der Welt das. So, weißt du, das muss man auch klar so sehen. Und es interessiert niemanden. Der Chilene, der seine wegen Batterie zerstörte Heimat in Zukunft womöglich verlassen muss, der wird dann bei uns wiederum Klimaflüchtling genannt. Perfekt. Aber die Natur, die wird auch in Deutschland im Namen des Klimas zerstört. Im Reinhardswald in Hessen waren in den vergangenen Tagen die Motorsägen zu hören. Hier wird für den Klimaschutz abgerolzt. Was ist das denn? Lasst uns den Wald abholzen und dafür Windräder hinstellen. Windräder, von denen wir noch nicht mal wissen, ob sie gesundheitsgefährdend sind. In einer aktuellen, noch nicht veröffentlichten Studie der Mainzer Unimedizin wurde jetzt nachgewiesen, dass sich auch Infraschall negativ auf den Körper auswirkt. Mit diesen Windrädern, da habe ich jetzt schon einiges gesehen in letzter Zeit. Ja, es ist ein Gefühl, als wie wenn man mit einem Messer durchdringt wird. Was wir als gesichert sehen ist, bei Nutella brennt mein Maul danach, da ist auch Palmöl drin, ne? Dass die Applikation von Schallwellen, also Vibrationen mit niedrigen Frequenzen, zu einer Hemmung der Kraftentwicklung von Herzmuskelpräparaten führt. Aber wir könnten jetzt noch Jahre über die Nachteile erneuerbarer Energien und die Pseudowissenschaftler... Dieser Windpark wird mit Diesel betrieben. Vielleicht sollten wir aber auch einfach mal einen Blick auf Nikola Tesla und seine Pläne werfen. Oh, stark, Junge. Guter Twist. Denn seine Gedanken und Erfindungen werden von der heutigen Pseudowissenschaft als Pseudowissenschaft bezeichnet. Und vielleicht ist ja das, was von der interessengesteuerten Pseudowissenschaft genannt wird... Die wahre Wissenschaft. Die wirklich innovative Forschung, die wir brauchen... Genau so ist es, Bro. Die bewusst unterdrückt wird. Keine Ahnung. Aber zurück zum Thema der moralischen Werte der Klimabewegung. Welchen Wert hat denn zum Beispiel das bereits geborene Menschenleben? Rettungsauto bei Klimaaktionen blockiert. Patient tot. Keinen wirklichen. Denn die Welt vor der Klimahülle zu retten, ist das Wichtigste. Wichtiger als eine kleine, klebrige Blutspur am Straßenrand. Dass jemand stirbt, das müssen wir ein Stück weit riskieren. Also zusammengefasst... Ach du Scheiße. Die JungsInnen, die sind halt auf dem radikalen Film unterwegs. Denen geht es auch gar nicht wirklich um den Klimaschutz, meiner Meinung nach. Das ist eine radikale Sekte, die sich da gerade bildet, die Identität suchen. Und die für irgendwas einstehen möchten, weil sie ihre Identität in der Welt nicht gefunden haben. Was man auch nachvollziehen kann nach den letzten Jahren, die wir eingesperrt zu Hause verbracht haben. Wo wir gespalten wurden und so. Dass immer mehr Kids und Jugendliche einen Knacks bekommen haben. Und irgendwelche Dinge tun, die sie gar nicht richtig selbst verstehen. Das hat gar nichts mit dem Klimaschutz zu tun. Sage ich dir genau so, wie es ist. Töten, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist der Glaube in einer gottlosen Zeit. Begriffe wie Klimahölle stammen übrigens nicht von mir, sondern von den Klimajüngern selbst. Die Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Komm mal rüber. Nach Mexiko leg dich mal an den Beach, dass du ein bisschen Farbe wieder bekommst. Bisschen Tiere beobachten. Kann man zusammen eine Palme umarmen. Bisschen meditieren. Da kommst auch du wieder klar. Und das ist wirklich ernst gemeint. Falls du das hier siehst, ich bin da. Sie drückt sogar aufs Gaspedal. Der Glaube an die Wissenschaft statt an Gott. Die Furcht vor Corona oder der Klimahölle. Und die Hoffnung auf die Kommunismus-Utopie. All das sind Markenzeichen der neuen letzten Generation. Nun, wie kam es zu dieser Entwicklung? Gerade in der Jugend. Ich möchte der Jugend dafür gar nicht die Schuld geben. Die im Westen verweicht nicht die isolierte und nahezu vollständig entwurzelte junge Generation. Sucht in diesen verwirrten Zeiten einfach mal verzweifelt nach Antworten. Genau so ist es. Die suchen nach Antworten, nach Identität, nach all dem, was uns genommen wurde und wird. Dementsprechend manipulierbar und formbar wie Knete. Die Antworten auf ihre Fragen, die ihnen von der Welt gegeben werden, die sind aber nun mal sehr eindeutig. Jesus hätte sich auf der Straße festgeklebt. Nee, ist klar. Es hätte sich impfen lassen. Aber wisst ihr was? Vergesst Jesus am besten. Greta Thunberg ist euer Messias. Gut, das klingt jetzt mega überspitzt, aber hört euch bitte mal die Worte von Gretas Mutter an. Greta gehört zu den wenigen, die unsere Kohlendioxide mit bloßem Auge erkennen können. Sie sieht, wie die Treibhausgase aus unseren Schornsteinen stammen. Ja, voll, Digga. Greta ist ne heilige, Bro. Mit dem Wind in den Himmel steigen und die Atmosphäre in eine Gig... Wind innen, na, Mann? ...antische, unsichtbare Müllhalde verwandeln. Ja, ein ausgenutztes Kind mit dieser komischen Krankheit wird jetzt einfach mal zu einem Propheten herum. Klingt für mich ein bisschen abgespaced, aber gut. Die Frage bleibt, ist nun der menschengemachte CO2-Verbrauch Hauptursache für die bevorstehende Klimahölle, für den Klimawandel auf der ganzen Welt? Ich sehe schon die Klimakids, wie sie jetzt auf meine Antwort warten und dann das Video auf Fehlinformationen melden wollen, falls das nicht schon bereits geschehen ist. Falls also gerade ein Google-Mitarbeiter überprüft, ob ich nun endlich den Klimawandel leugne und mich damit eines Gedankenverbrechens schuldig mache, lasst euch gesagt sein, dass ich nun einen Weltartikel zitiere. Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda. Dieser Artikel spricht 2011 von der unvorstellbaren Theorie, dass die Sonne einen großen, nicht kontrollierbaren Einfluss auf das Weltklima hat. Und eben nicht CO2. Zitat, doch was als unerschütterliche Wahrheit streng wissenschaftlich daherkommt, kann als geschickte, ja geniale Propaganda enttarnt werden. Wenn man sich... Crazy. ...einseitig informiert. Gut gerettet, Majuster. Ja, aber das mit dem einseitigen Informieren ist irgendwie gerade richtig trendy und richtig so politisch korrekt. Es gibt aus den letzten Jahren ca. 800 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die die CO2-Treibhausthesen widerlegen. Und trotzdem wird nicht weiter über die Ursachen des Klimawandels diskutiert. Es gilt, die Schuld des Menschen am Klimawandel ist in Stein gemeißelt. Okay, Freunde, das Ganze sollte eigentlich ein Video werden, aber belassen wir es fürs Erste bei diesen knapp 20 Minuten. Schließlich sind wir hier auf YouTube und nicht im Kinosaal. Im zweiten Teil nächste Woche wird es um die gelogene 97% der Wissenschaftler sind sich einig Theorie gehen und um das Resultat der Klimaagenda, also trockengesagt um die Errichtung eines totalitären Klimareligionsstaats und letztendlich tatsächlich auch um Kinoseele. Zumindest im übertragenen Sinne. Denn Michel, also ein Gollern und ich, haben unseren ersten eigenen Reisefilm produziert, der nächste Woche online kommt. Wir halten euch unter Ketzer der Neuzeit und ein Gollern auf Instagram. Ein Gollern, was heißt denn das? Im Laufenden. Und damit bis nächste Woche. Stark. Sehr, sehr starkes Video mal wieder, Leo. Ich bin stolz auf dich, Majuster. Geil, dass du auch wieder back bist auf YouTube, Bro. Gut, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst auf jeden Fall. Liebe geht raus an Leo an der Stelle. Gut gemachtes Video, gut zusammengefasst, gute Infos. Liebe geht raus. YouTube, ich küsse euer Herz. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Daumen nach oben dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dabei ist alles. Peace. Gang. Skrrr. Ja. Hihihi. 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 Hihihi.